Damit druckst du jede Party an. Okay, dann hier blau, blau. Weißt du, was das bedeutet? Du besitzt jetzt magische Goldhosen. Papa, wenn du was siehst, was du eigentlich nicht glauben kannst, etwas, das total unmöglich ist, was machst du dann? Was meinst du? Eine Reihe von Banken hat in den letzten 24 Stunden unerklärliche Verluste hinnehmen müssen. Die Polizei untersucht zur Stunde, ob dahinter ein Virus weg, der in die Bankensysteme eingedrungen ist, oder ob es sich um eine Form von organisiertem Verbrechen handelt. Wo ist der Junge? Lauf, Mann! Festhalten! Stehen bleiben! Ich lasse sie sonst los! Ich lasse sie sonst los! Die Polizei! Ich lasse sie.